Die erste Übung ist für die Schultermobilisation und Kräftigung. Dafür setzt euch bitte die Zag-Zag seitlich auf die Fersen, Zehen sind aufgestellt und von vorn schaut es dann so aus. Eine Hand ist seitlich weg, der andere schaut seitlich rein, Arm geht nach oben, gestreckt nach hinten, der Arm bleibt die ganze Zeit gestreckt, geht nach vorne. Von der Seite schaut es so aus, rege Sitzposition, Arm schaut weg, Arm nicht gestreckt, geht nach hinten, geht nach vorne.